Ich bin der Kekse. Ich komm jetzt normal rein, weil ich mach's nachher kaputt. So, Servus, Liebe. Boah, Shisha-Suppie und Shisha-Freundin. Was ist denn jetzt so los? Scheiße, ich wollte doch nach Wacken. Was willst du da eigentlich? Kannst du mir mal sagen, was da los ist? Ja, äh, weil... Hallo? Wo ist jetzt ja er wieder hin? Ja, das war jetzt ein wenig komisch. Mal sofort einen Keks anrufen, da müssen wir was machen. Ja, Keks, äh, kannst du bitte mal vorbeikommen? Da war irgendwie was komisches. Da war auf einmal einer da, der hat so richtig bayerisch ausgeschaut, hat irgendwie an seinem Gerät umeinander gespielt. Auf einmal war er wieder weg. Aber sein Krug hat noch stehen lassen. Ja, jetzt so ohne Scheiß. Er kommt vorbei, da geht irgendwie was ganz was komisches vor. Wo sind diese Geister? So, Servus, liebe Shisha-Freundin und Shisha-Suppen. Willkommen zum besten Shisha-Format auf YouTube! Bitteschön ausrasten. Wir rauchen einen kleinen Schisser. Schnitt brauchen wir euch nicht zeigen, weil der variiert ja je nachdem, was man für Grundtabak verwendet. In dem Fall, was glaube ich für die Tasche. Mach mal Geruch. Ich glaube, das ist so die Fakten. Oh, mega fruchtig und riecht eigentlich genauso wie der Feistling. Ich finde es nicht sehr orange. Nein, orange nicht. Orange ist es ja auch. Ja, er riecht ganz Wodka-mäßig. Oh nein, voll fruchtig. Nach feige Wodka. Gibt so ein Getränk, hat so eine komische Plastikkappe schon aus wie so ein Hut. Man munkelt! So was gibt es zu kaufen. Felix 1 kennt ihr ja. 49 für eine Molasse. Über den Grundtabak drüber, lang genug einziehen lassen und losrauchen. Deswegen haben wir heute auch kein Schnittbild für euch. Wir haben leider kein Schnittbild für euch. Aber wir haben ein Ausschnittbild für euch. Ein Ausschnittbild. Wenn ihr einen kickst. Ihr raucht den ja jetzt schon mit mir 10 Minuten. Schnitt doch gar nicht. Meint ihr, irgendwie der Alkoholnote da drin hat einen Einfluss auf eure nüchternen Trunkenheit schrägstrichding? Jetzt, wo du sagst. Alex, hilfst du mir mal bitte die Zange? Nein. Neh mich mal, ich trau mir. Braucht mir Dämpf. Das wäre die ideale Geringheit, es zu schmeißen. Nicht auf mich. Danke schön. Wolltest du bestimmt zahlen, oder? Also, schmecken tut er mir schon mal gut. Neh. Rauhausbeute müssen wir nur zeigen. Müssen wir das? Was macht ihr dann? Pustet ihr da rein? Wieso pustet ihr da? Zu Hause aber nichts mit mir. Pustet. Also. Ja, durchschnittlich bis gut. Was mir auffällt, man hat wie beim Jackie Cola von PX1 eine leichte Alkoholnote wirklich auf der Zunge. Ja. Und das schmeckt... So weit geht es bei mir nicht runter. Aber man schmeckt es doch eindeutig, also das gelingt sich schon immer gut hin mit den Alkoholsachen. Jägermeister muss noch hin. Na ja. Jackie Cola hatten wir ja schon. Da war ja auch die Alkoholnote. Wodka E wär auch noch toll. Mach mal Wodka E. Nop Nop Nop. Wir wollen PX1 Nop Nop Nop. Nop Nop Nop. Schreibt alle bitte mal PX1 auf die Facebook-Seite mit diesem Video. Also ihr teilt das Video auf die PX1-Seite und schreibt mal drunter. Macht mal bitte PX1 Nop Nop Nop. Nop 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 Nop. Bin mal gespannt, ob die wirklich einen machen. Disco Waffeln. Ah. Hahaha. Schau noch, wie es im Mund trifft. Nicht einfach. Haha. Die wär genau reingangen. Wisst ihr, ich hab extra die Toilin gekauft. Da ist jetzt nur noch Brüssel drin. Disco Waffel. Disco Waffel. Hört seine Augen. Schack Waffels. Hahaha. Oh. Bin ich nicht in Ordnung. Wo ist es hin? Oh ja. Ich muss noch öffnen mich. Wo ist es hin? Da. Wie denn? Kaputt. Oh. Der war knapp. Jetzt hört's halt auf. Ich wollte ja eigentlich echt nur essen. Oh Mann. Geh doch nicht weg jetzt, wo wir alle zum Schmeißen haben. Ich hab übrigens was vergessen. Sollte mal wieder jemand vorbeikommen. Der wird den Schirm vermissen. Scheiße, jetzt hab ich meinen Krug vergessen. Ich denk so ne Party, wo man alle ein bisschen was gebechert hat oder so, ist das ein echt geiler Tabak. Wollasse in dem Fall. Wollasse. Strich Wollasse. Oder nichts. Damit wir alle ins Einig sind. Yes. Passt einfach. Steht keine Schlüssel drauf. Ist ein kleiner Schlüssel drin. Wodka Feigling. Ist sogar fast noch ein bisschen besser als der Jackie PX1. Jackie Cola PX1. Super. Der Keks zeigt euch wie's zum letzten Video geht. Da ist ein Video. Da geht's hin. Los, los. Drücken, drücken. Abonnieren, teilen, irgendwas. Richtig. Da ist los drauf. Nur die Kuhn, äh, teilen, ne? Ne, wie sagen wir immer nur die Kuhnkinder teilen. Nur die Harten kommen die Karten. Die Herzen, da kommt die Gärtnerin. Das ist richtig. Aha, oder auch die Herzen. Wenn euch der Scheiß gefällt, lasst uns einen Daumen nach oben dann. Wenn wir wieder den Tisch kaputt haben sollen, lasst uns zwei Daumen nach oben dann. Wisst Bescheid, nicht lange alluzinieren. Drückt auf Abonnieren. Und wir sind dann mal raus. Wo können wir eigentlich gehen? Weeeeee! Ah, da ist er ja. Wenn ich schon mal da bin. Servus, ich bin der Siffle. Und das da drüben. Moment. Ist mein letztes Video. Wenn ihr Bock habt, schaut euch auf meinem Kanal vorbei. Vielleicht gefällt es euch ja. Und ich bin weg.